Hä? Was ist das? Ja, und damit... Hallo und willkommen zu Roblox, und zwar einem sehr coolen Hobby von einer, ja, genau, von einer Marke, die ihr da seht. So, was haben wir hier denn? Oh, Automat, das ist ja auch schön. Oh, hier sind... Was ist das? Irgendwelche Hilfsmittel für Roblox wahrscheinlich. Ah, okay, jetzt müssen wir hier rüberhüpfen. Hm, das ist auf jeden Fall... Ich hab den Anfang halt schon gesehen. Das ist ein sehr lustiger Hobby, ich komm mir nicht durch. Warum komm ich hier nicht durch? What the fuck? Ah, hier muss ich durch. Ah, oh, okay. Let's escape. Ja, da bin ich auch für Ronald McDonald, oder wer auch immer du heißt. Ich glaub, der heißt so. Äh, was ist das? Sieht aus wie so Schienen oder so. Okay, äh, hier durch. Ah, hier ist wieder ein Checkpoint. Oh, so Laufbänder. Warum machen wir denn jetzt hier Sport? Ich dachte, es gibt hier jetzt hier einen Burger oder sowas. Ah, Leute. Okay, Free Gift. Nee, wollen wir jetzt eigentlich nicht. Ich möchte hier nur den Hobby machen. Oh, Schokolade. Das ist schon besser. Aber ich weiß gar nicht, ob es da Schokolade gibt. So, hier ist eine Tür. Aber ich glaube, es geht hier weiter. Ja, wir haben ja auch so einen Pfeil über den Kopf, der irgendwie mit uns mitläuft. Wie auch immer das funktioniert. Nein, nein, ich bin dazwischen gefallen. Oh. Okay, man muss schon noch ein bisschen aufpassen. Irgendwie war der Bildschirm kurz, Leggy. Oh, oh. Gott. Was ist denn mit dir passiert, Bruder? Kam hier. Nee, ich komm nicht zu dir. Nein, ich springe daneben. Bruder, was passiert mit ihm? So, weiter geht's hier. Äh, das sind, das ist, ja, genau, Cola. Ah, hier geht's weiter. Jetzt die wieder nicht berühren. Das ist ja easy, sagte er, und stirbt. Nein. Oh, was? Junge. Okay, das ist ja eine Todesfalle hier. Dieser Laden. Warum ist der eigentlich so groß, der Laden? So groß ist doch kein Fastfoodladen. Was steht, was sagt der? We fell into a trap. Ah, okay. Äh, kann, ja, ich muss hier wahrscheinlich. Hä? Das sind ja Laufbänder. Hä? Die bewegen sich ja. Gott. Äh, nein, Digga. Ich brauche keine Lasergun. Äh, fallen nur, nee. Ja, oh Gott. Ich dachte nur, die fallen um. Oh, oh. Oh mein Gott. Äh, wann fallt die um? Jetzt fallt die um. Okay. Weiter. So, Checkpoint. Oh, Hot Dogs. Und Pizza. Und Burger. Alter. Ich mag tatsächlich, also ich mag Pizza und Hamburger lieber als Hot Dogs. So. Äh, das sind ja noch, nein. Ich wusste nicht, dass hier noch mehr kommen. Ich habe die gar nicht gesehen. Äh, jetzt. Ja. Komm, komm. Jetzt fallen die. Ja, genau. So. Ja, sehr gut. Weiter geht's. Äh, was? Man sieht immer nicht den Text, wenn man so nah dran ist. We have no choice but to jump in. Äh, was? Muss ich hier? Hä? Na, ich fliege. Ich drücke nichts. Ich habe nichts gedrückt, ich schwöre. Was ist passiert? Beware Swallowed. Was heißt das? Ich kenne das Wort nicht. Okay. Okay, das ist auf jeden Fall easy hier. Jetzt hier durch. Hier durch. Hä? Kann man einfach durch die Wand springen? Pff, ja, moin. Äh. Oh, das ist ein Laser, oder? Zack. Nee. Ich kann einfach durch springen. Äh. Okay, komisch. Äh, hier. Das dürfen wir aber jetzt nicht berühren, denke ich. Und jetzt müssen wir da lang. Dann können wir einfach durch die Wand. Oh. Hochklettern? Nee. Hä? Wie geht das? Ach, muss ich wieder auf diesen fallen? Dann fliege ich hoch, oder was? Äh. Nein, der kann da hochkleiden. Ach so, ich muss an die. Okay, macht Sinn. Äh. Was sagst du? Wir nearly out. Okay, wir sind fast draußen. Äh. Ich schätze mal, hier kann man einfach laufen. Und hier liegen Würstchen rum. Äh. Ich bin gerade irgendwie nicht gesprungen. Junge, springt der schlecht gerade. Äh. Was ist das jetzt? You can probably guess where we are. Hm. Schwierig. Also, ich glaube, hier an der Seite ist Wasser. Aber ich bin mir nicht sicher. Es können auch Feuer sein. So. Jetzt hier runter. Äh. Oh Gott. Ach so. Nee, ich hasse das. Aber der ist scheinbar nicht so genau hier. Oh, doch. Hinter mir ist gerade der gestorben, glaube ich. So. Ich bin aber erst... Wie oft bin ich bis jetzt gestorben? Ich glaube, zweimal, ne? Okay. Jetzt wieder balancieren. Oder dreimal. Ich weiß nicht genau. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben. Oh Gott. Was war das? So. Weiter. Weiter. Nicht sterben. Danke. Jetzt kommen wieder Hot Dogs. Wir können auch einfach rüberlaufen. So. Hier wieder rüber. Ah. Kleine Sprünge. Das ist jetzt hier aber schon ziemlich langer Balancierweg. Balancierweg. Sagt man das so? Nee, wahrscheinlich nicht. So. Äh. Ja, doch. Passt alles. Sehr gut. Was ist das denn? Hä? Ist da der Ausgang? Nee, sieht eher aus wie... Nein! Wir gehen in seinen Bauch rein. Von diesem Typen. Was sind das hier eigentlich? Sind das Gewichte? Ja, das sind Gewichte. Hä? Ja, moin. Einfach Gewichte hier. Okay. Jetzt gehen wir ins Portal. Und sind... Wir sind draußen. Winner. Da ist es das Ende. Da ist das Gym. Ich sag da, das Gym ist einfach. Hä? Brr. So. Aber wir sind noch nicht am Ende. Hier ist... Oh, Junge. Okay, hier muss man schon aufpassen. Äh. Jetzt kommen hier so Kisten. Kisten, Boxen, was auch immer. Und mal wieder ein paar Äxte. Die sind tatsächlich nicht so schlimm. Da kannst du schon eigentlich gut ausweichen. Ja, guck mal. Einfach durchlaufen hier. Was hat die denn? Haha. Ach so. Die hat nicht so ein Ding jetzt gekauft. So ein Power-Up oder so. Warte. Könnte man das nicht am Anfang irgendwie kaufen? Hey, ich glaub schon. Okay, komm. So. Da. Was ist denn jetzt passiert? Warum sind hier gerade alle gestorben? Brr. Ähm. Jetzt geht's hier weiter. Ich glaub, wir sind gleich da. Ja, da ist das Ende. Komm. Ist das letzte Level? Ich weiß es nicht. Weiter. Weiter. Ja, wir haben's geschafft. Was ist das für ein Ding, hä? Ach, das kann man sich einfach nehmen, wenn man am Ziel ist. Megaspeed. Okay, ich sprint jetzt ab. Oh, jetzt bin ich mega langsam, lol. Fest. Ja, fest ist gut. Kann ich so eine Sprungfeder? Ja. Ha, wie geil. Kann man jetzt das ganze Level zurückfliegen? Wahrscheinlich. Aber Leute, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lass ein Like da, lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.